. . . . Gut, Tagwahl. Schön hier zu sein. Glauben wie rute Frau hat mich beeindruckt. Vorher habe ich das Buch gerne keine Bibel, und jetzt habe ich es noch etwas lieber. Es ist anscheinend auch von literarischem, von hohem Wert. Das wusste ich nicht. Goethe hat geschrieben, das lieblichste kleine Ganze, das uns episch und idyllisch überliefert wurde. So schön könnte ich das gar nicht ausdrücken. Aber er war ein Schriftsteller. Alexander Schröder, auch ein deutscher Schriftsteller, hat geschrieben, dass kein Poet in der Welt eine schöneren Kurzgeschichte geschrieben hat. Das Buch rute ist von hohem literarischem Wert, aber für uns ist es von theologischem Wert, der unser Leben anspricht. Und das möchten wir heute Morgen so ein wenig zusammen anschauen. Wir haben das wirklich begeistert. Und als Einstieg, rute war ja recht herausgefordert. Und als Einstieg möchte ich eine Episode oder etwas erklären. Und zwar hat es in unserer Welt hier, denen sagt man ja Biosphäre. Also es gibt so solche, die sagen Biosphäre. Und dann hat es 1991, also ich sage dem nicht so, aber 1991 haben Wissenschaftler gedacht, komm wir machen einen Test und probieren eine Biosphäre 2 zu machen. Sie haben ein riesiges Gebäudekomplex gemacht. Also ähnlich wie die Masoala-Halle im Zoo Zürich. Aber viel grösser mit der Idee, eine autonome Biosphäre zu schaffen. Darum haben sie ihnen Biosphäre 2 gesagt. Also das sind dann 8 Wissenschaftler zwei Jahre lang ohne Materienaustausch, ohne Luftaustausch zur Aussenwelt dort drin. Nach zwei Jahren mussten sie das Experiment als gescheitert erklären. Sie haben es später nochmals probiert. Das Lustige ist, NASA hat da ganz interessiert zugeschaut. Sie hat gedacht, wenn das klappt, dann können wir so eine Kiste auf den Mond stellen. Aber leider hat es bis heute nicht geklappt, das zu kopieren, das Gott geschaffen hat. Aber jedenfalls ein Problem, das sie hatten, auf verschiedenen Gründen ist es gescheitert. Und einer von den Gründen war, und zwar sind die Bäume in Biosphäre 2 viel schneller gewachsen, als sie das ausserhalb würden. Das hat sie unglaublich gefreut. Aber das Problem war, bevor sie ihre wirkliche Grösse haben erreicht, sie sind umgekehrt. Also kein Baum hat die Erde wirklich lange überlebt. Sie sind viel schneller gewachsen, aber sie sind einfach umgekehrt. Und dann haben wir sich gefragt, wieso ist das so? Wir haben dann Forschungen gemacht und haben gefunden, der Grund ist sehr simpel. Es gab in dieser Biosphäre 2 keinen Wind. Und ohne Wind hat der Baum nie Widerstand und wächst gar nie, so wie er eigentlich sollte wachsen. Der Wind macht den Baum stark. Und das ist wie bei Ruth. Ruth hatte so viel Gegenwind, dadurch ist ihr Glaubensleben gewachsen. Und in ihrer Herausforderung, dort, wenn wir unseren Glauben, unsere Muskeln trainieren müssen, dort wächst der Glauben. Es ist wie bei einem Sportler, der trainiert. Der geht alle zwei, drei Tage trainieren, bis die Muskeln so richtig brünnen und alles weh tut. Am nächsten Tag macht er nicht viel, dass sich das erholen kann, es gibt so einen Zyklus. Und dann geht er wieder pumpen, damit ihm alles weh tut. Und so wird er stärker. Also ja, auch die, die gerade joggen, die kann jeden Tag. Du wirst besser, indem du es übst, indem du es machst. Und unser Glaubensmuskel wird stärker, in dem, dass wir nicht trainieren. Ich müsste nicht so viel zeigen, weil es nicht so viel da ist. Aber das ist einfach, weil es zu wenig brennt. Genau, ich müsste es ein bisschen mehr brennen. Aber in dem innen wächst, und Ruth hatte so viel Widerstand und wird zu einer von den beeindruckendsten Glaubensheldinnen in der Bibel. Und wir sind als Gemeinde seit einem halben Jahr dran, über den Glauben zu reden. Und jetzt sind wir irgendwie an einem Punkt und merken, jetzt müssen wir Glauben investieren. Und zwar haben wir gemerkt, dass die Gemeindeleitung gewisse Gottesdienste recht gut besetzt waren, bis sehr, sehr gut besetzt waren. Und dann haben wir uns Gedanken machen, so coronatechnisch, dass wir da einigermassen sauber bleiben oder sehr sauber bleiben. Und ich habe gemerkt, dass es zum Teil zu viel war. Und dann haben wir Gott angefangen zu fragen, was ist dran? Und dann haben wir gemerkt, es ist viel mehr dran, als einfach irgendwie eine Lösung für dieses Problem zu schaffen, sondern ich glaube, Gott will in dieser Zeit Wachstum geben. Und dann ist unser Sinn, ich habe wirklich den Eindruck von Gott, wir sollen die Spieze das Kino mieten, für Gottesdienste dort zu machen. Und das ist faszinierend und echt begeisternd. Weil irgendwie, ich glaube, Gott tut die Türen auf. Aber, wir haben gemerkt, es braucht viel Glauben. Ich glaube, jeder von uns hat erst mal eine Abend oder eine Nacht gedacht, wie schaffen wir das immer noch. Aber jetzt ist eben, jetzt ist genau das, haben wir ein halbes Jahr über Glauben gepredigt. Und jetzt irgendwie merken wir, es ist dran, einen Schritt zu machen. Und ich glaube, Gott will etwas tun. Darum sagen wir das hier, ich glaube Gott. Es ist nicht nur einfach eine Verschiebung, dass wir hier etwas weniger Leute haben, sondern ich glaube, Gott will etwas freisetzen, dass Menschen dürfen Jesus lernen können, und Menschen dürfen Jesus begegnen, damit er etwas durchbrechen darf. Genau. Und darum, hat es mit einem Glaubensschritt gelaufen, nicht nur von uns als Gemeinde, sondern für uns als Kiel, wo wir sagen, wir nehmen das. Und wir stehen da rein, es braucht den Tungen. Leute, die begrüssen, Leute, die überstehen, Ministry machen und so weiter. Also es ist einfach eine Übertragung vom Livestream, von all den Tungen. Genau. Und wir freuen uns mega, aber wir merken, es ist wirklich ein Glaubensschritt. Und wir sind überzeugt, Gott will etwas tun. Und der Ruth ist ähnlich gegangen, also der ist noch viel krasser gegangen. Die mussten wirklich Glaubensschritte machen. Und das Buch Ruth ist lustig und interessant aufgebaut, eben darum ist es literarisch von sehr hohem Wert. Die ersten 5 Versen beschreiben die Situation und dann geht es erst richtig los. Wir gehen mal in die 5 Versen. Ruth 1, Vers 1. Zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, verließ ein Mann aus Bethlehem in Judah das Land, weil eine Hungersnot ausgebrochen war. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zog er ins Land Moab, um sich dort als Fremden niederzulassen. Der Name des Mannes war Elimelech und seine Frau hieß Nomi. Die beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Sippe Ephrat aus Bethlehem im Land Judah. Als sie das Gebiet von Moab bereichten, bleiben sie dort. Es fährt an, es beschreibt, es ist die Zeit, in der in Israel die Richter regierten. Und die Richterzeit war nicht unbedingt eine schöne Zeit. Es war eigentlich eine sehr gottlose Zeit. Die Menschen haben gemacht, was sie wollten. Es heisst im Richter mehrmals. Zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was in Recht dünkt. Es war eine Zeit, die von Egoismus berecht war. Eine Zeit, die von Gottlosigkeit und Grausamkeit war prägt. Die Leute haben eigentlich nicht nach Gott gefragt. Das Volk, das Gott dienen sollte, hat eigentlich genau das, was sie hätten machen sollen, für gesegnet sein, nicht gemacht. Und so hat es Konsequenzen gehabt. Es heisst in Ruth 1, es kam eine Hungersnot über das Land. Und Israel, die Palästina dort, war prägt vom Ackerbau und der Viehzucht. Und wenn du kein Wasser hast, der Handel hat noch nicht so eine grosse Rolle gespielt. Und wenn kein Wasser kam, hat es ziemlich schnell grosse Konsequenzen für die Menschen gehabt. Und so hat es eine Hungersnot gegeben. Und irgendwo hat es damit zu tun, dass die Menschen eben nicht nach Gott gefragt haben. Und das war eine Konsequenz davon. Und die Israeliten haben nicht nach Gott gefragt. Aber in Bethlehem finden wir eine Ausnahme. Der Elimelech und seine Frau müssen, so wie wir das lesen, gottesfürchtige Menschen waren. Sie sind aus dem Stamm der Ephraiter, also nicht vom Stamm, sondern von Sippen der Ephraiter sind wie die, die Bethlehem gegründet haben. Das haben wir ja letzten Sonntag gehört, mit dem Salmon, wo das Bethlehem gegründet hat. Und Elimelech hat zu dieser Familie dazu gehört. Und Elimelech heisst, mein Gott ist König. Und Ruth heisst die Fröhliche oder die Liebliche. Und irgendwie, das waren wahrscheinlich gottesfürchtige Leute. Und dann kommt die Hungersnot, und dann haben sie gedacht, ja wieder Abraham und Isaac, wir gehen auf Ägypten. Und dann haben sie in die andere Richtung gegangen, sie steht auf Ägypten, sie sind auf Moab gegangen. Moab liegt östlich vom, also östlich ist für euch hier genannt, östlich vom Toten Meer. Und das war so eine Hochebene, so ein Hochplateau. Und dadurch hatte dort oben länger Wasser. Und irgendwie war das dort ein Fruchtpark. Es war nicht geprägt von grossen Städten, sondern von kleinen einzelnen Orten. Und die Moabiter sind ja Nachkommen vom Lot. Also der Lot, der mit Abraham ist in das verheißene Land gekommen. Und dann aus dem Lot hat es nicht die Moabiter gegeben. Und Moabiter waren mit den Israeliten verfindet. Eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo das Volk wollte in Jericho einziehen, und dort durch das Land Moab wollte, hat ja da der Moabitische König die Moabitische König hat dann den Bily ankommen. Das war eine riesige Fuhr. Und ehrlich, an diesem Zeitpunkt waren die zwei Völker miteinander verfindet. Und die Israeliten hatten keine Freude an den Moabiter, und die Moabiter nicht an den Israeliten. Und das Krasse ist, in der Richterzeit haben die Moabiter 18 Jahre lang Israel beherrscht. Es war noch so eine Wunde, wo sie ein Tribut zahlen, den Moabiter. Bis genau der Ehud, und er sagt, befreit. Die Geschichte vom Ehud, genau, das ist das mit dem Dolch dort. Genau, da schauen wir uns weiter darauf ein. Aber, das ist, das ist eigentlich, nicht der Krieg, aber das waren nicht die beste Freunde. Und es heisst dann ab dem Vers 3, also die sind dort hergegangen, und dann beschreibt die Bibel, Doch dann starb Elimelech, und Nomi bleib mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten zwei Frauen aus Moab, sie heissen Orpa und Ruth. Nach etwa 10 Jahren starben auch Machlon und Kilion. Nun hatten Nomi keinen Mann und keine Söhne mehr. Wir lesen das in der Bibel und denken, ja, ja, das war ja so, das haben wir schon x-mal gehört, aber das war eine grosse Tragik. Es war eigentlich die grösste Not, die jemanden treffen konnte, wenn alle Nachkommen sind gestorben. Es gab nicht einen Sozialstaat, wie es es heute gibt. Ruth war mit dem völlig mittellos. Sie war angewiesen auf Verwandte, die ihr helfen würden. Es ist das schlimmste Elend, den jemanden treffen konnte. Sie hatte kein Land mehr, sie hatte kein Besitz mehr, sie hatte nicht einmal mehr einen Mann, keine Söhne mehr. Und ihre Schwiegertöchter waren rechtlich nicht verpflichtet, ihr zu helfen, sondern mit dem Tod ihrer Männer waren sie eigentlich wieder frei. Und dann hat Ruth etwas gehört, ab Vers 6, bald darauf erfuhr sie, dass der Herr sich über sein Volk erbarmt und ihm wieder eine gute Ernte geschenkt hatte. Sofort brach sie auf, um in ihre Heimat Judah zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter begleiteten sie. Und hier fährt die Geschichte so richtig an, wo die Naomi sagt, jetzt, Ruth und Naomi, ich muss aufpassen, wo die Naomi sagt, jetzt gehe ich zurück in das Land der Verheissung. Dort, wo mich Gott eigentlich hergerufen hat. Ich war lange in einem anderen Land, in einem Land von Gottlosigkeit, wo ein anderer Gott angebetet wird, in einem Land, wo nicht nach den biblischen Werten lebt. Und sie merkt, jetzt hat sich Gott mit dem Land erbarmt und jetzt gehe ich zurück. Und diese Predigt, es ist aber lustig, mich etwas über eine Predigt auszutauschen, der eine spricht Asa und der andere Jesus und hier, und es gibt eine Verteufung und manchmal ist der ganze Magen vor einer Predigt etwas, was ihm anspricht. Und ich hatte wirklich das Gefühl, in der Vorredigt ist etwas, wo Gott zu einigen spricht, wie, vielleicht das Gefühl zu haben, ich bin in diesem Land Moab und nichts stimmt in meinem Leben. Es ist so verloren, es ist irgendwie, ist die Kraft Gottes nicht da, es ist, vieles ist nicht so, wie es sollte sein. Und dann habe ich das Gefühl, wie der Aufruf von Gott, jetzt zurückzukehren ins Land vor Verheissung. Und sich innerlich aufzumachen und sagen, jetzt kehre ich wirklich um zu Gott. Ich lege es ihm her, den Rucksack wirklich in dem Kofferraum ablegen und sage, jetzt kehre ich um. Und dann kann die Wende passieren. Naomi ist nicht gegangen und die beiden Schwiegertöchter wollten mitgehen, wieso auch immer, das ist beeindruckend. Ich weiss nicht, wieso, dass Orpah und Ruth mit so einer alten Frau irgendwo in ein freundes Land ziehen wollen, wo eigentlich alles finden sie. Wo alles Leute sind, die ihm nicht gerne haben, die ihm abgestoßend und abweisend sind. Aber wahrscheinlich muss die Naomi etwas gelebt an Gott vertrauen, was die zwei Frauen beeindruckt. Ich nehme an, Naomi hat erzählte von Abraham, von Isaac, von Jakob, von der Oberung, von all den Wundern, die Gott gemacht hat. Und irgendwie hat es Ruth dazu gebracht, zu sagen, der will wieder zugehören. Es heisst, ab dem Vers 15, da fordert der Naomi sie auf, also die Orpah ist irgendwann, die Naomi hat gar nicht wollte, dass die zwei mitkommen, und die Orpah ist irgendwann gegangen, aber Ruth hat nicht nachgelassen. Da fordert der Naomi sie, also Ruth auf, schau, deine Schwägerin kehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurück. Geh doch mit ihr. Aber Ruth erwiderte, bestehe nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Und jetzt kommen wir von der schönsten Verse. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll der Herr mich hart bestrafen. Das Beeindruckende für mich ist, Ruth hat bis zu diesem Zeitpunkt nur negative Gotteserfahrungen gemacht. Ihr Schwiegervater ist gestorben, ihr Schwager ist gestorben und ihr Mann ist gestorben. Und dann kommt die Frau auf die Idee, zu dem Gott, den ich gehören möchte. Mit dieser Nomi gehe ich mit. Wahrscheinlich hat sie von Nomi die Geschichte gehört, wie ich vorhin gesagt habe, von Abraham, von Isaac, von Jakob. Sie hat gehört, was der Gott verwundert da. Und das ist das, was mich beeindruckt am Glauben von Ruth. Trotz negativen Gotteserfahrungen. Trotz negativen Gotteserfahrungen. Ob das jetzt Gottes Schuld war oder was auch immer. Aber das wird ja so gewertet. Trotz negativen Gotteserfahrungen, sagt Ruth, und ich glaube trotzdem. Und ich verlasse alles, meine ganze Verwandtschaft, ich verlasse alles, damit ich zu diesem Gott gehören kann. Sie hat etwas gesehen von dem Sagen, das eigentlich vorhanden wäre. Und er sagt, ich lasse das alles hinter mir und gehe mit. Und wir sind manchmal, wenn etwas nicht ganz sofort klappt, werden wir ziemlich schnell nervös. Einmal waren wir bei Freunden in Besuch. Und der, ihr Töchter, acht Monate alt, hat sehr schlecht geschlafen. Es gab nie eine Nacht, weil sie mehr als zwei Stunden am Stück schlief. Und ein riesiger Weg. Und die Kollegen wussten, wie es etwas geht. Und er hat mir gesagt, wir sind zusammen biken. Wir sind ganz clever biken. Wir sind mit dem Bändchen hoch und mit dem Bike runter. Genau. Und dann sind wir dort im Bändchen gesessen und dann sagt mir, Joel, jeden Abend bete ich für das Mädchen, dass sie gut schläft. Ich mache alles, was mir in den Sinn kommt. Ich flehe den Gott an. Und nichts verändert sich. Und manchmal geht es uns doch so. Ich denke, wieso, 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 wieso. Aber dort kann sich der Glauben von Ruth zeigen. Er hat mich angeschaut in diesem Gondel und gesagt, aber Joel, weisst du was, ich höre trotzdem nicht auf. Weil ich weiss, es ist richtig. Weil ich weiss, dass Gott wirken kann. Der Glauben von Ruth zeigt sich dort, wenn wir gar nichts erleben, gar nichts spüren und sagen, und ich glaube trotzdem. Wir haben das Mädchen gebeten, das Zimmer gesalbt und alles rausgejagt, was nicht drin ist. Und dann hat das Mädchen super geschlafen, die nächste Nacht. Halleluja. Genau, das passiert ja dann auch. Das muss passieren. Das glauben wir ja. Aber manchmal gibt es die Phasen, wo es einfach luftet, wo der Baum da steht und du denkst, wieso passiert jetzt nichts. Und genau dann ist es entscheidend zu glauben. Und das Krasse ist, in Israel war eine Zeit von kollektivem Unkursam. Kaum ein Israelite hat Gott gelobt, kaum einer hat nach ihm gefragt, ein paar wenige. Und dann kommt eine Ausländerin, die nichts zu tun hat, sie alle hier wären unter dem Säge, aber eine, die nichts zu tun hat mit dem, zu den Moabiter gehört und sagt, und ich will hier dazukhören. Mit einer Leidenschaft, mit einer Hingabe und sagt, ich verlasse dich nicht und ich komme mit dir und ich will dazukhören. Und am Schluss, mit der Segenslinie von Jesus ist. Wie Rahab, der nichts mit dem zu tun kann, kommt Ruth genau in die Linie rein. Und es spielt keine Rolle, ob wir das geistliches Erbe mitbringen oder nicht entscheidend ist, dass wir es nehmen. Und Gott kann die grössten Wunder tun. Jahrhunderte vor der Ruth hat sich der Vater des Moabiter entschieden, mit Abraham mitzugehen, weil er ein Gemächtes Sägen hat. Aber irgendwann, als Abraham ihn vor die Entscheidung gestellt hat, hat der Moab das grüne Land gesehen, die grossen Städte gesehen und gesagt, jetzt trenne ich mich von Abraham. Abraham hat sich langsam von dem Sägen von Abraham anfangen zu trennen. Und aus ihm ist das Volk geworden, das eigentlich sehr gottlos war. Und Jahrhunderte später kommt Ruth nachkommen von dem Lot und sagt, ich will dazu gehören. Und ich gebe nicht auf, bis ich Teil von dem Sägen werde. Und sie schwört sogar. Sie sagt, wenn ich dieses Versprechen nicht halten soll, der Herr mich hart bestrafen. Und normalerweise ist hier ein anderer Begriff für Gott bei diesen Schwüren gebraucht worden. Aber sie braucht Yahweh. Und Yahweh ist der Begriff, der bei den Bünden gebraucht wurde. Der Gott von Abraham, Isaac von Jakob. Der Gott vom Bund. Und Ruth sagt, ich will in diesen Bund hinein gehören. Ich will zu dieser Verheissung von Abraham gehören. Und dieser Vergleich mit Abraham hat es noch in sich. Aber Abraham ist in diesem Land irgendwie weit weg vom Land Kanaan. Und Gott ruft ihn und sagt, Abraham folge mir nach. Und ich werde dich zu einem grossen Volk machen. Er hatte einen Ruf von Gott und eine Verheissung. Ruth hat nichts gehabt. Wir warten manchmal im Leben, bis Gott ruft und sagt, mach das, mach dieses, mach eins. Aber Ruth hat gar nicht gefragt. Und er sagt, ich mache einfach. Ich will, ich will zu diesem Gott gehören. Und das ist Glauben. Ohne Ruf. Ohne Verheissung. Und ich gehe einfach. Ich gehe mit deinem Namen mit, weil ich will zu diesem dazukhören. Phyllis Tribal, eine Theologin schreibt, es gibt keine radikale Entscheidung in der ganzen Bibel. In der ganzen Geschichte von Israel, außer die von Ruth. Spannende ist aber, auf der einen Seite ist die radikale Hingabe von Ruth, die sagt, und ich will zu diesem Gott gehören. Es geht aber nicht ohne Erlösung. Von Gottes Seite her. Ruth kommt auf das Bethlehem und ist immer noch heimatlos. Ruth kommt auf das Bethlehem und ist immer noch ganz unten. Sie hat nicht einmal eine Nahrungsgrundlage. Sie muss auf irgendwelchen Feldern die Ära zusammeln lassen, die die Schnitter liegen lassen. Sie hat immer noch zur ärmsten Schicht gehört. Sie hat immer noch selber irgendwie krampfhaft versuchen, sich zu ernähren. Und es hat in Israel ein System gegeben vom Löser, welches Gott eingerichtet hat, dass eben genau zu solchen geschaut wird. Und das ist im 3. Mose 25 und im 5. Mose 25 beschrieben. Und zwar war die Idee, wenn eine Witwe zurückgeblieb, also der Mann ist gestorben und Nachkommen sind gestorben. Dass man zwei Dinge sicherstellen musste. Das eine ist, Gott hat das so eingerichtet, dass das ganze Erbe, das ganze Land wie in dieser Sippe erhalten bleibt. Dass es nicht irgendwo sonst zugeteilt wird, sondern Gott hat das Land ja zugeteilt. Und so musste einer der Nachverwandten das Land kaufen, also musste Geld zahlen, musste sich investieren, damit die Witwe wieder in ein Land kam. Das Problem ist, es ging ja nicht weiter, es brauchte nur Nachkommen. Darum musste ein Löser die Witwe heiraten und für ein Nachkommen schauen, wo das Land, wo der Löser gekauft hat, dann hörte. Es war eigentlich ein sozialer Dienst. Es gab keinen Sozialstaat, aber es war so eingerichtet, dass die Nachverwandten eine soziale Verantwortung übernehmen für die Zurückgeblieben. Aber das hat eigentlich sehr viel investiert, auch wenn er etwas davon hatte. die Witwe kommt dort auf das Bethlehem und der Grossboas, Nachkommen von Salmon und Rahab, der wichtigen Mann in diesem Dorf, wird auf die Witwe aufmerksam und sagt, dorthin geht das etwas, das ist vielleicht meine Verantwortung. Ich wusste aber, es hat noch einen anderen. Und er ist der andere, der nachher verwandt ist, und er hat die Hände verworfen und gesagt, das mache ich nicht, denn er muss ja nur bezahlen und habe am Schluss nichts davon. Und in jedem Fall hat der Boas gesagt, ich nehme die Verantwortung und ist zum Löser geworden. Hebräisch Goel, das ist ein ganz wichtiger theologischer Begriff, ein ganz wichtiger Begriff, wo der Boas sagt, ich nehme die Verantwortung und kaufe das Land und heirate die Ruth. Wahrscheinlich war der Name zu alt, für das nehme ich an. Das heisst, in Ruth 4, 13-14, so heiratete Boas Ruth und sie wurde seine Frau. Das ist ja das Spannende, das ist so die Gnade von Gott. Die Ruth war nicht einmal verwandt mit der Naomi, in diesem Sinne. Aber Gott nimmt die Ruth rein. Einer mit so viel Leidenschaft und ich will da dazugehören. Und Gott findet eine Lösung, dass sie in das rein, erlöst wird. Das heisst eben, er so heiratete Boas Ruth und sie wurde seine Frau. Als er mit ihr schlief, liest der Herr sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Und die Frauen der Stadt sagen zu Naomi, gelobt sei der Herr, der dir heute einen Loskäufer geschenkt hat. Sein Name soll in Israel gefeiert werden. Das ist jetzt spannend. Die Frauen sagen, der Name des Sohnes, des Obeds, soll preisen werden. Und das ist der Name, der die erlöst hat. Eigentlich war der Boas ja der Löser von Ruth und Naomi. Aber weil aus dieser Ehe zwischen Ruth und Boas kein Sohn gekommen wäre, wäre das Ganze für die Katze gewesen. Es wäre trotzdem kein Erbe da gewesen von diesem Land. Es wäre trotzdem kein Nachkommen von Elimelech gewesen. Und so hat es der Obed gebraucht, der am Schluss zum Löser, zum Erlöser ist worden für Ruth und Naomi. Und wisst ihr, was Obed heisst? Obed heisst Diener. Und Boas heisst, in ihm ist Stärke. In der direkten Linie von Ruth war der Obed. Der Sohn von Obed ist der Isai. Der Sohn von Isai ist der König David. Der Sohn von König David ist Jesus Christus. Der Diener, der auf die Welt kommt, für uns alle zu erlösen. Amen. Das Buch von Ruth zeigt so schön etwas vor Hingabe von Ruth und gleichzeitig braucht es Erlösung, damit sie überhaupt Teil werden von dem Sagen. Und genau das Gleiche ist für uns. Erlösung und Hingabe müssen zusammenkommen. Spannend, das Erlöser, das Goeli, hat ganz viel Gewicht. Zum Beispiel heisst es, bevor Gott das Volk aus Ägypten befreit hat, sagt er im 2. Mose 6,6, sagt er zu Mose, richtet deshalb den Israeliten aus, ich bin der Herr, ich werde euch aus der Sklaverei in Ägypten führen und aus der Zwangsarbeit retten. Gott sagt das Wort Goel, Gott sagt, ich werde euch raus retten. Und dann hat er das eingerichtet im Gesetz, das nachher Verwandte die Rettungstat müssen vollbringen, damit Leute ihr Ehren behalten können. Und dann später im Jesaja 59,20, für Zion aber kommt er, Christus als Erlöser, als ein Befreier, Goel, für alle Nachkommen von Jakob, die sich von ihrem gottlosen Leben lossagen. Es gibt einen griechischen Parallelbegriff für das Goel, das ist Litro. Und das heisst im Titel 2,14, er, also Jesus, gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien. Eben das Goel, das Auserretten, um zu reinigen und uns zu seinem eigenen Volk zu machen. Und das bemüht ist, Gutes zu tun. Die Ruth wäre in dem Bethlehem immer noch verloren gewesen, wenn ich Gott herausgerettet hätte. Es braucht das Erretten, von Gottes Einstehen, von Gottes braucht Erlösung. Und das ist die Grundlage von unserem Leben. Erlösung und Hingehung müssen zusammenkommen. Und ich weiss nicht, vielleicht hat es heute Morgen Leute hier, oder Leute, die im Livestream schauen, die das noch gar nie erlebt haben. Und das Grösste, was wir nicht mehr in unserem Leben erleben können, ist, wenn Gott die Wohnung nimmt in unserem Leben, wenn er uns erlöst, von dem, was uns trennt von ihm. Und auf das ist jeder, von dem ist jeder Mensch abhängig. Dass wir eine Erlösung erfahren. Das ist das Zentrum vom Ganzen, was in der Bibel darum geht. Und das geht ganz einfach. Die Bibel sagt, wenn wir zu ihm kommen, müssen wir ihn einfach anrufen und aus tiefstem Herz sagen, Jesus, ich will zu dir gehören. Das kann man in einem Gebet ausdrücken. Zum Beispiel kannst du so beten, ich kann mal vorbeten, du kannst so mitbeten und sagen, Jesus, ich komme heute zu dir und ich bitte vergib du mir alles, was ich falsch gemacht habe und komm du in mein Leben. Ich will dir nachfolgen und dein Kind sein. Bist du mein Herr und ich glaube an dich. Und ich bitte, dass du mit jeder Person, Jesus, die das jetzt erbetet, begegnest und etwas Neues im Herzen schaffst. Von dem Wissen, jetzt bin ich erlöst. Jetzt ist die Situation für immer verändert. Und ich bin eindrückt, die Hingabe von Ruth. Aber Hingabe alleine hat dich nicht gelangt. Wenn wir versuchen, Gott nur mit unserer Hingabe und unserer Leidenschaft zu gefallen, dann führt es zur Religiosität, dann führt es zur Lehre. Es braucht Erlösung. Aber Erlösung ohne Hingabe ist das Falschverstandnis-Evangelium. Erlösung und Hingabe gehören zusammen. Wie ich von diesen Bäumen erzählte, ein Baum wächst dann, der Baum wird dann stark, wenn er Widerstand erlebt, wenn er sein Glaube braucht. Zum Beispiel der Apfelbaum ist ganz spannend. Das habe ich mir von einem Gärtner erklärt, ich habe das extra abgeklärt. Und zwar, ein Apfelbaum bringt nur Frucht, wenn er im Winter hat er erlebt, dass Blätter abgekehren, dass es kalt wird, dass der Frost kommt. Er braucht die Phasen, in der es hart ist, in der es nicht angenehm ist, damit er im Frühling wieder Frucht bringt. Und wir brauchen im Leben die Glaubens herausfordern. Ich bin nicht ein Negativ-Apostel. Ich glaube nicht, dass uns ein schlimmes Zeug passieren muss. Aber es gibt Momente, wo Gott uns herausfordert, etwas Neues rein. Wo vielleicht eben mal ein bisschen herausfordert werden und wir etwas reinstehen müssen. Und ich glaube, genau das braucht es, damit es zum Schluss wieder viel Frucht bringt. Und Ruth beeindruckt mich, der nichts mit dem zu tun hat, was Gott eigentlich verheissen hat. Und mit in das reinsteht. Und vor zwei Wochen Markus predigte über Jakob. Und es hat mich sehr berührt, die Geschichte von Jakob, die eigentlich ein Erbe hat und mit Leidenschaft in das reinsteht und sagt, ich will das Erbe, das Gott mir geben. Und ich glaube, es gibt viele von uns, die irgendwo gläubige Eltern haben und ein geistliches Erbe mitbringen, wo es geht wie Jakob. Aber es gibt auch die, wo es geht wie Ruth. Und dort wirkt Gott genau gleich rein. Und wir wollen jetzt noch für das beides beten. Für die, die sagen, ich habe ein Erbe und ich will das packen. Ich will das nehmen, das Gott mir hat verheissen. Und auf der anderen Seite vielleicht solche, die sagen, das ist gar nichts. Und wie traut ich etwas reinstehen. Genau. Für das ein bisschen zu zeigen bringen wir hier noch die Töchterli, wo irgendetwas ... Genau, du kannst einfach reden. Ja, wir wollen für das beten. Genau, Jesus. Und ich glaube, es ist wichtig, wie innerlich in das reinzustehen und zu sagen, okay, ich nehme, was Gott hat gegeben an Erbe. Genau. Vater, wir danken dir, dass über Jahrhunderte, Jahrtausende du hast ein Glaubenserbe gegeben, das weiter ist gegangen. Herr Rübe, ich bitte dich um eins, dass die Kinder von gläubigen Eltern ihr Nachfolge leben und das Erbe nehmen und nicht einfach irgendwo sonst sein lassen lassen. und wir wollen eine Kirche sein, die diese Säge weitergeht über Generationen. Und wir sind eine Mehrgenerationengemeinde, die das lebt, das wunderbare Erbe, das du gegeben hast. Und ich spreche ein Säge aus, dass der Glauben über Generationen weitergeht. Und Jesus, ich bitte auch für all die, die kein Erbe haben in ihrer Familie, die nichts davon sehen, und ich bitte dich, dass du heute Morgen alle Minderwertigkeiten wegnimmst, alles denken, ja, bei mir ist eh nicht vorhanden, ich kann es eh lassen sein. Herr, ich bitte dich, all das Denken wegnimmst, wegwischst, Jesus, und eine Entschiedenheit gibst wie bei der Ruth, die sagt, ich will in das Erbe reinstehen, das Gott für mich hat. Und der Dank, dass du heute Morgen kommst und Berufungen austeilst, und tief in das Herz reinrät, Jesus, was du für eine Wert gist, was du für eine Begeisterung hast, was du für Berufungen reinlegst, Aufgaben reinlegst, Jesus, danke, dass du heute Morgen eine Freisetzung gibst, wo das gecancelt wird, das Denken, ja, bei mir ist ja gar nicht da. Herr Jesus, und Neu Testamentlich gibt es keinen Wertenunterschied zwischen der biologischen Familie und der geistlichen Familie. Du selber, Jesus, hast die Kirche als die Familie, die Institution genommen, hast du gesagt, das ist meine Familie. Und meine Geschwister, wir sind alle zusammen miteinander verwandt mit dem Vater im Himmel. Darum beten wir auch unser Vater im Himmel, weil wir alle den gleichen Vater haben. Und durch Jesus haben wir Zugang zu diesem Vater. Und das heißt, der Nacht, in der Jesus verraten wurde, hat er Brot genommen, hat gedankt und gesagt, das ist mein Lieb, das für euch hingegeben wird. Und nach einem Mal hat er den Kelch genommen, hat er gesagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, hat er wieder bunt eingesetzt, dass wir buntes Genossen sind von ihm und der Zugang haben zu dem Erbe vom himmlischen Vater, und wir ein Erbe bekommen, das ewig ist, vollkommen ist. Allein durch Jesus. Und jetzt, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern, und das feiern. Und Herr Jesus, ich bitte dich, segne das Mal, das Brot und den Traubensaft und lass uns erleben, wie wir als Erbe eingesetzt sind. Darum sollten wir uns immer wieder an das erinnern, dass wir als Erbe eingesetzt sind. So segne das mal bitte, Jesus. Jetzt sind wir das Abendmahl unter dem Stuhl. Wir haben das von Amerika eingeflogen, weil im Moment können wir wegen Corona nicht ein anderes Abendmahl nehmen. Und jetzt seht ihr, da hat es zuerst einmal eine solche Folie. Diese Folie kann man herabziehen. Und dann käme ich quasi das Brot. Es schmeckt natürlich nicht nur als Schweizer Brot. Die Ami sehen aber nicht die Qualität wie wir. Aber es ist auch Brot und wir segnen jetzt das Brot. Und wenn ihr irgendwo das zuvor machen könnt, nehmen wir das Brot im Glauben, dass wir den Leib von Jesus aufnehmen. Und ich sage im Namen Jesus, dann ist das Brot gesegnet und wir nehmen den Leib von Jesus auf. Und dann kann man das Nächste auftun. Das ist die Folie für das Traubensaft. Ich muss etwas aufpassen, dass nicht gleich alles überschüttet hier irgendwie, nicht gleich über die Hose runter. Und dann auftun. und ich segne den Traubensaft an das Blut von Jesus und es ist gesegnet im Namen Jesus. Dann könnt ihr das wieder an den Boden tun und wir uns dann nachher am Schluss zusammensammeln. sagen, dass wir alle zusammen Erben sind von einem himmlischen Erben, von einem Glaubenserben. Und wir sagen, wir stehen da rein und das haben wir. Wir sind die reichsten Leute der Welt. Also wir sind reicher als irgendwie ein UBS-Boss oder so. bei mir. All die Milliarden, die es im Himmel gibt und all diese geistliche Säge aus der Himmelswelt hast du uns verheissen. Und wir leben als Erben von diesem wunderbaren Gott im Namen Jesus. Und jetzt singen wir miteinander das Lied und wir stehen auf zu dem Lied, wo wir das im Glauben bekennen.